Charaktermäßig schätze ich Advance relativ schweizerisch ein. Alles muss genau perfekt sein und das liegt mir eigentlich auch, weil ich eigentlich auch das perfekte Material möchte. Die Zusammenarbeit mit Advance ist super. Schon von Beginn an, wie die X-Alps keiner mehr feststand, zog sich die Zusammenarbeit wie ein Faden bis jetzt hindurch. Ich schätze insbesondere die fertigen Produkte, weil wenn sie mal fertig sind, sind sie wirklich gut. Am allerwichtigsten an meinem X-Alps Schirm ist das Handling und vor allem, dass ich den Schirm bei allen Bedingungen gut fliegen kann und die Reaktionen überschaubar sind. Beim X-Alps gehe ich extrem ans Limit. Mit der Müdigkeit habe ich meist zu kämpfen und von dem habe ich eigentlich auch den meisten Respekt, dass ich dann auch immer die richtigen Entscheide treffen kann. Besonders viel Respekt. Während den X-Alps habe ich die verschiedenen Situationen richtig einzuschätzen und nicht über mein Limit zu gehen. Ich versuche möglichst vielfältiger Pilot zu sein, sei das eben beim Streckenfliegen, Hike and Fly, Aqua oder Tandem und ich möchte neu dazulernen, wie ich noch schneller und präziser fliegen kann. Ich beschreibe mich eher so als Piloten, dass ich eher zurückhaltend bin, aber dann trotzdem mein eigenes Ding durchziehe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.